Ich drücke B und lasse mich überraschen oder so in der Art. Was zum Teufel passiert hier? Äh, das ist was für Flash, alles klar. Wonder Woman ist offensichtlich nicht so schnell, wie sie gerne wäre. Hm, zack. Maschstoff. Jawoll, Digga. Let's go. Volle Energie. Was, bringt das jetzt was? Ah, ach so. Ja, verstanden. Nein, Wonder Woman. Alter, what the fuck, man? Dieser Charakterwechseldinge, das ist auch wieder so eine Scheiße jedes Mal. So. Denn jetzt können wir... Achtung. Äh, öh. Hier drinnen wir machen. So. Einmal. Zweimal. Und weg den Rotz. Jawoll, ja. Ja, easy. So. Höchst du euch gerade irgendwelche Steine von uns zum Basteln? Ah, nee, das sind seine Fußtapster, die hier so durch die Gegend klappern. Klingt voll weird. Ah, nee, doch, das sind diese Steine. Aktivierung wird vorbereitet. Gute Arbeit. Wir sind bereit. Ja, dann. Alter. Okay, jetzt bin ich da, klar. Top. Let's go, Joker. Irgendwie arbeiten mit Jokers zusammen, what the fuck, man. Stabile Kiste. Vier Glück, Jungs. Schnell. Uns läuft die Zeit davon. Ach, was soll die Eile? Ich bin so froh, dass wir ihn mitgenommen haben. Oh ja. Sehr. Der wird uns bestimmt auch viel, äh, behältig sein. Was zum Teufel tut ihr da? Was, was, was ist mit euch? Äh, ähm, ja, so ein Farben gebastelt Spiel. Ich könnte etwas Hilfe brauchen als Heidung. Was, wieso? Hä? Äh, so. Hä, wie dumm ist das denn jetzt schon wieder? Wo ist Cyborg? Da. Äh. Alter, was willst du denn? Okay, Moment, 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 Moment. Ich brauche hier Batman. Ah, nee, kann Cyborg auch sein Talons? Nee, Cyborg hat kein... Ah, Cyborg hat einen Talons? Cyborg hat einen Talonsuch. Okay. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie sowas auf der Kamera nicht auffällt. Aber passt schon, I guess. So, und jetzt switchen wir wieder zu dem Kollegen. Oh. Mal da. Das nehmen wir doch mit. Oh, das nehmen wir doch auch mit. Bin ich doch gar nicht so. So, machen einmal den da. Zack. Alter. Hä? So. Und dann sind wir durch. Junge, die werden von der Waschmaschine platt gemacht, Alter. Ah, die blicken auch gar nicht. Oh, das geht wahrscheinlich. Ach, du Scheiße. Oh, man. So. Ja, komm. Oh, boy. Was wird das denn? Oh, boy. Okay. Hat Joker eventuell einen Laser? Nö. Das ist schlecht, weil Batman hat auch keinen, oder? Elektro... Doch, warte, im Weltraumanzug hat er einen. Oder? Ja, man. Oh, das war keine Federmaus. Naja. Eine ganz, ganz divisierte Federmaus vielleicht. Ja, shit. Hier brauche ich jetzt Cyborg. Äh. Oder? Hat Joker auch irgendwas für Magneten? Okay, never mind. Magst du Magnete, Cyborg? Ich kann mir denken, dass du sie sehr amziehend findest. Äh. Äh, äh. Okay. Na, komm. Ja, auf. Greif halt zu. Dankeschön. Einfach rauskroppt. Ah, ich komme da nicht durch. Äh. Gut. Ach, da oben sind die Kollegen. Wo kommen diese ganzen Kerle her? Kannst du jetzt mal diesen Tausender einsammeln? Danke. Schon wieder so viel hier. Hey. Das brauchte ich noch. Da war mal Mittagessen drin. Ja, Steigen. Ja, Mann. Äh. Wieder durch. Junge, was ist mit euch? Verpiss dich mal. Exakt. Hallo? Ich kann mir den ganzen Abend dafür, will die Arbeitskollegen auch keinen haben. Komm, weg damit. Hören wir. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wie meinst du ernst? Äh. Ich brauch Batman. Ich brauch Batman. Dankeschön. Hä? Was willst du denn, Alter? Mach den weg. Dankeschön. So. Okay. So in der Art, I guess. Äh. Nee. Oh, der hat auch einen Laser. Okay, cool. Ja, Moment. Das könnte Wonder Woman, aber wer kann denn noch mit dem Ding was anfangen? Äh. Was? Nein, lass den Blödsinn. Ja, das wollte ich machen. Okay. Batman kann das. Okay. Und für wen ist das jetzt hier? Ah. Der Arctis-Anzug. Weiß? Steht mir doch viel besser, Blattermann. Seltsam. Ich hatte mit peinlichen Witzen über Eis oder Schnee gerechnet. Nee. Dafür ist Mr. Freeze zuständig. Ich lass mich nicht von euch aufs Glatteis führen. Bla, 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 bla. Hä? Loll. Okay, was mach ich jetzt damit? Wenn ich mal blöd fragen darf? Ich schätze mal, ich muss erstmal den Wasserkontainer da kaputt machen, ha? Tja, sieh an, sieh an, wer da schon wieder einen Tipp braucht. Ach, halt die Fresse, Digga. Weil ich kann doch nicht hier durch. Nee, kann ich nicht. Das bockt die überhaupt nicht scheinbar. Ich lass mich ja nicht durch, wa? Nee. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ach so, warte, 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 warte. I got it, I got it. Achtung, wir sprengen da oben die, ähm, was auch immer das ist. Genau. Gibt's nur auf einer Seite scheinbar, okay. So. Jawoll. Und dann frieren wir den Laden einfach rein. Du stehst voll im Weg, Cyborg. Junge, du stehst mega im Weg, verpiss dich doch mal. Alter, hau ab, for real. Ich mein's ernst. Drecksack. Das ist beeindruckend. Beeindruckend, realistisch, ja. Eis wächst einfach so aus dem Boden raus. Ja, und jetzt, äh. Ach komm, gibt mir zwei Wochen noch mal. Hey. Jawoll. Robin an Batman. Der Sicherheitsscanner lässt uns nicht durch. Bleibt erstmal dort, Robin. Schade für euch. Na ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Moine Borneck auf den Sidorneck. Alter, das geht's aber ab hier. Hä? Was willst du denn? So, da ist irgendwie ein Lasergediesel. Magneten. Hallo? Äh, okay. Ah ja. Okay, wer bekommt jetzt meine Kontrollfähigkeit? Bin ich der Joker? Oh, mein alter Gedankenkontrollenblümchenanzug. Oh, no. Oh, no. Er funktioniert nur bei unkonzentrierten Opfern, aber das hast du ja selbst zu spüren bekommen. Ah ja. Okay, wir sind scheinbar in Bayern der Zentrale angekommen. Die Enterhaken. Wir müssen sie auf Brainiacs Schiff richten. Worauf warten wir denn noch? Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt wird es aber wild. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Ja, man. Alter, Robin, lassen wir den beiden Idioten alleine. Ach du Scheiße. Junge, ausgerechnet Robin läuft mit Killer Croc und Dingens rum. Das ist ja mehr als nur gefährlich. Das ist ja mehr als nur fucking gefährlich. GG. Okay, na gut. Ich glaube, hier können wir was bauen, oder? Oder auch nicht. Aber einen Knopf drücken können wir. Ich glaube, hier ein Drücker, ein Köpfchen drücken. Ah ja. Wo kommt die Kerle her? Ja, die materialisieren sich einfach plötzlich. Einfach so zack, da. Okay. Wo du kommst. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ah, steht hier muss Robin hoch. Okay, Moment. Und der kann schon mal seinen komischen Balance-Tut anziehen. Jawohl. Und dann geht der mal hier drauf. Hä? Nein? Das ist doch so ein Ding für Orban, oder? Bin ich jetzt blöd? Achso, müssen wir das erste Ding noch irgendwie aktivieren, oder so? Oh mein Gott, was ist das? Hä? Das ist doch so eine Plattform für den Ball von dem, oder bin ich jetzt blöd? Dann muss ich das doch erst noch irgendwie aktivieren, aber ich habe keinen Plan wie. Ah. Oh, da waren es die Tausende da. Nice. Ja. Da unten ist Wasser drin. Warte mal, kann Killer Croc im Wasser stehen, tauchen quasi, wie auch immer? Ah, tatsächlich. Ich dachte, wir müssen das Wasser erst irgendwie ablassen. Achso. Ja, moin. Dann. Das ist ja gar nicht so wild. Jawohl. Was? Zum? Lol. Mein geiles Backup-Tool ist gerade im Hintergrund fertig gelaufen. Und hat einfach beschlossen, das müsste jetzt mein, äh, Spiel unterbrechen. Das ist ja praktisch. Aber jemand hat mich gewarnt, bevor es mein PC in den Ruhe-Zustand setzt. Das hätte mich ja auch einfach rauskicken können. Also Glück gehabt, I guess. Oh man. Blöde Scheiße. So, komm mal raus hier. Oder nee, warte mal, geh nochmal rein da. Weil da unten ist doch noch irgendwas, oder? So, und ich werde ich hier. Oder? Ja, genau. Wollte ich was sagen. Äh. Äh, okay. Joa. Do I get that? I don't get that. Kann ich da hochklettern? Das ist doch eine Leiter, oder? Nein. I don't know, scheinbar nicht. Okay. Äh, ähm. Wir müssen also irgendwo da rechts hoch. Das wurde uns ja gezeigt. Dann lass doch mal schauen, was hier unten so ist. Du hast einen Schalter. Als ob du keinen verdammten Schalter ziehen kannst. Ist das dein Ernst, Digga? Das kann ja wieder nicht wahr sein. Okay. Das kannst du auch nicht zerschrotten im Wasser. Was kannst du eigentlich? Scheiß Krokodil. Nice. Ja, okay. Also hier können wir genau gar nichts tun. Das Wasser muss doch irgendwie abgelassen werden, oder? Locker muss das irgendwie abgelassen werden. Aha. Hier, wenn wir auch da mal gleich da oben mit dem Ball was machen müssten. Das ist doch nicht für was das sonst sein soll. Ja, wie komme ich jetzt da rechts hoch, was mir da gezeigt wurde? Ich hasse, dass ich die Kamera hier nicht drehen kann in dem Spiel. Ach, warte. Äh. Warte mal, kann der vielleicht einfach tauchen, diesen Schalter ziehen? Nö. Aber warte mal, vielleicht kann ja der Idiot in seinem Anzug das. Alter. Ach so, im Wasser kann ich keine Anzüge wechseln. Scheiße. Oh, was für, Digga! Was? Junge, lass mich jetzt doch raus. Danke. Lass mich für Anzüge, sag mal her. Ließiger Anzug, Weltraum, Tarn, Technik. Ah, nee, das bringt ihm gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Hä? Ja, Digga, was zum Teufel? Warte mal, kann der nicht fliegen? Ach so, nee, kann er nicht, weil ich ihn nicht aufladen kann hier, ne? Ja, hä, was zum Teufel soll ich jetzt schon wieder machen? Warte mal. Diese scheiß Farbe liegt hier immer noch rum. Das heißt, irgendwas muss man hier doch basteln können. Normalerweise Dinge, die man nicht braucht, wird die spawnen, ja. Hä? Dieses Ding ist doch für den verfickten Ball. Erzähl mir doch nichts, verdammte Scheiße. Für was soll das denn sonst sein? Bruder, da kriege ich wieder Aggressionen, Alter. Oh, dein Ernst? Jeder andere kann da rein, außer fucking Killer Croc? Ach, fickt euch, Alter. Ganz ehrlich. Ich hasse das. Ja, wer muss jetzt hier hin? Lex Lufa wahrscheinlich. Fick dich. Brecksau. Ja. Okay. Hat der jetzt irgendwie so einen Anzug, dass wir da... Hältst du mal? Keinen Anzug, ja. So. Das heißt, damit kann ich doch jetzt... Nee, damit kann er sich nur unsichtbar machen. Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Hat der irgendeinen Knick? Jeder Croc hat keine Anzüge. Hat Robin irgendeinen... Nein. Leuchtanzug. Aber ich hab auch der ja nichts, um den aufzuladen. Bringt mir also definitiv nichts. Ja, der hat den Magnetanzug. Das heißt, ich müsste mit dem da hoch. Aber ich komm da oben ja nicht hin. Schiss noch mal. Oh. Ja, genau, Alter. Hier ist die Scheiße. Ach, leck mich fett. Oh, Junge. Ja, alles klar. Ach, fuck you, weißt du. Ganz ehrlich. Kannst du mich im Ohr schlecken? Okay. Ja, ich hasse jetzt, dass man die Kamera in dem Spiel nicht drehen kann. Das ist... Hält mich ganz schön auf. Weil, ja, hätte ich einfach sehen können, dass man hier hinten langlaufen kann. Null. Ähm. Hat keiner von uns einen Sonar? Das wäre aber schlecht. Ist jetzt der andere Arsch schon wieder. Hä? Ist das dein Ernst? Komm raus da unten. Spast. Das ist nur ein Sonar, nee, oder? Ja, GG. Hä? Junge, was? Okay. Whatever. Äh. Weltraumanzug brauche ich. Danke. Und können wir mich jetzt hier aufladen? Äh. Hallo? So. Und dann können wir halt auch fliegen. Ja. Also ich hatte die richtige Idee. Ich hatte halt nur nicht gesehen, dass wir da dieses Scheißding bauen können. Ist okay. Alter. Alter. Vollkommen weggesniped. So. So. Na komm. So. Darf ich mal lasern? Danke. Sehr schön. Sehr schön. Es gibt nur Robin. Dankeschön. Jawoll. Oh, Leute. So langsam wird's was. So langsam wird's was. Ja, dann wechsel doch den Drecksoutfit. Danke. Sau. Oh, was mach ich jetzt mit der Leuchte? Oh, was mach ich jetzt mit der Leuchte? Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Äh. Ey, in manchen Devils gibt's so viel zu vieles dazu. In manchen gibt's so viel zu weniges dazu, um dieses blöde Mieter zu erreichen, ne? Ist schon lustig. So. Ist doch auch für ihn hier, ne? Natürlich. Jawoll. So, sind wir da jetzt endlich mal durch? Äh. Nein. Oh, da ist noch ein Leader-Start. Nice. Das ist jetzt die eine Seite gewesen. Okay, warte mal. Dann muss Robin jetzt auch noch auf die andere Seite, oder nicht? Ja, aber ich brauche jemanden, der diesen scheiß Dings da sichtbar machen kann. Ich hab da vor aber niemanden. Oder kann Lufer das? Ich war ja vorhin da. Er wollte nicht. Ah, nee, nee, nee. Mit Robins Leuchtgedönsel wahrscheinlich, wa? Oder? Ja. Okay. Akzeptiert. Oder so in der Art. Was für... Hä? Mach das an! Junge. Also manchmal. Also manchmal. Da geht mir der Hut hoch. So. Und lass mich raten. Jetzt muss dieser scheiß Ball da in die Mitte. Danke. Oh, okay. Kein Ball. Ja. Ja. Ja, ich auch nicht. Lass uns das fertig machen jetzt hier. Ab jetzt. Feuer frei. Das große Greifen. Junge, Junge. Das war ein anstrengendes Level. Ach du Kacke. Das war ein anstrengendes Ding. Ja. Irgendwann ist das. Blabberblub. Wir sind ein wahrer Held. Das sehe ich doch genauso. Head of West ist weiterhin in Gefahr. Ich glaube, den Typen werde ich einfach nie retten. Geht. Das wird schon passen, Leute. Das wird schon passen. Kann man machen. So. Weg damit. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen. Im nächsten Part sehen wir uns hier wieder. Ich bin ruhig fürs Zusehen. Lass einen Daumen nach oben, wenn es sich gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und. Ciao. Ciao. Ich bin ruhig fürs Zusehen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017